Willkommen zu einem neuen Horrorkorb. Wir sind in einem alten Herrenhaus, beziehungsweise noch davor. Tante, wo bist du eigentlich? Ja, ich komm gleich. Ich muss mich noch mal erleichtern, bevor wir da wieder jemanden investigieren. So, jetzt muss ich noch mal eben zweimal schütteln. Ist kalt, ne? Ja, jetzt kann ich. Und was für eine Möhre fahren wir eigentlich? Mahlzeit. Mahlzeit. Wer hat er das? Aus welchem Knast haben die dich denn rausgelassen? Ich glaub, du siehst nicht besser aus. Du siehst sogar gefährlicher aus mit deiner schwarzen Jacke. Ja, ich hab mir eine schwarze Jacke an. Ja, ist richtig. Wir spielen Okkult. Okkult. Stop the Darkness. Ich wollte mich grad schon fragen, was wir hier überhaupt machen. Ja. Ja. Spielen wir. Das Gewitter ist so... Also Gewitter hört sich gut an, sieht semi aus. Ja. Müssen wir mal festhalten. Ja. Aber wir haben auch direkt die ersten Aufgaben hier anscheinend. Jo. Möchtest du nicht vorgehen? Ja. Also wir haben es diesmal beide noch nicht getestet. Ich auch nicht heimlich. Ich hab keine Ahnung, was da kommt. Ich hab die Trailer gesehen, die sahen gut aus. Tod durch Dampf. Kohle, Säcke in den Kessel werfen. Öffnen Sie die Ventile. Und wir haben schon eine Spinne. Scherben in den Spiegel. Hä? Hört sich echt gut an, hat Gewitter, muss ich sagen. Legen Sie die Scherben in den Spiegel ein. Aha, man kann rennen. Oh, äh, komm mal her. Ist jetzt nicht irgend so ein Popel-Ferienhaus hier, du? Scheint ein bisschen was Größeres zu sein. Ja, ich glaub auch. Und du bist endlich wieder im gewohnten Early Access. Ja, nach Far Cry, nach AAA, da ist ja der Urlaub hier wieder. Ja. Geblendet von pixeliger Grafik. Ja, ja, ja. Wohl so schlecht. So schlecht sieht die gar nicht aus, muss ich sagen. Ist schön. Aber hier bewegen sich die Blätterchen. Okay, genug. Geh mal rein. Geh mal genug jetzt, ne? Äh, von der anderen Seite blockiert. Geh rein, da. Okay. Aber ja, das Brett ist da vor, da muss einer rein vorher wahrscheinlich. Ja, da geh ich rein. Ja, aber was ist denn jetzt mit der Aufgabe hier? Die ist aber mal weg. Welche denn? Ich hab... Du hast eine Spinne geopfert. Wie immer du halt auch gemacht hast. Ja, ich weiß doch nämlich auch nicht. Äh, ist verdammt groß hier, du. Zielspiel soll es sein. Wir sollen ein Kult aufhalten. Ja. Wir sind ja besonders gut in sneaky Aufgaben und so. Au! Ich hab einen Eingang gefunden. Äh, wie hüpft man denn? Ey, man kann hüpfen. Ich bin drin. Echt? Ich mach... Ja, ich mach die Tür auf. Äh. Ja, ich glaub, bei mir macht da keinen Sinn heute, ey. Wir müssen abbrechen. Und... Ich hab nur Hänger. Das tut mir leid. Aber das Spiel hängt nur. Ich hab keine Ahnung warum. Ob das am Coop liegt oder... Ich hab... Das bleibt mir mal wieder stehen. Okay. Guck mal, jetzt renne ich... Jetzt renne ich hier wieder ein Stück. Gleich bleib ich wieder stehen. Das ist ja echt mies. Ähm... Keine Ahnung, ey. Jetzt hab ich das im Fenstermodus. Das nervt, das nervt, das nervt, ey. Tschüss. Ja, warte mal, warte mal, ey. Kann nicht sein, dass er jetzt im Fenstermodus gehen soll, oder wat? Wie schlecht ist das? Die ganze Zeit funktioniert hier gar nix, ey. Toll, jetzt hab ich grad die Dinge aufgemacht. Oh. Ist halt Early Access, ne? Aber ich mein, du läufst ganz rund. Ja. Jaja, jetzt, seitdem ich auch gesagt hab, das bringt nix, dann geht das hier auch. Komischerweise. Gucken wie lange. Ja komm, dann geben wir ihm noch einen Try. Hi. Ja, wir machen hier die ungeschönte Wahrheit, ne? Wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Ich bin übrigens drin. Ich bin jetzt auch drin. Da ist er drin. Wir brauchen Schlüssel. Guck, hier bin ich durchs Fenster gegriffen. Ei, ei. Nee, oder da? Irgendwo hier. Wow. Ja, das hab ich auch schon probiert. Aus dem Lager. Da müssen wir ein Lager finden. Wir finden... Oh, dann brettlicht aber ganz schön schlecht, du. Da zeigen die Nägel nach oben. Nicht, dass du da gleich rein trittst. Ja, ich pass auf. Hier ist was, da ist doch irgendwo ein Schlüssel. Wo? Ah! Boah, da ist so ne Spinne. Die hat der den Schlüssel. Ey. Ey, was ist das denn? Wie mach ich das? Hab ich. Hast du? Ja, Schlüssel zum Herrenhaus. Plötzlich Resident Evil. Ja. Ich dachte, da waren wir doch schon, oder? War das nicht das? Nee, hier ist das Herrenhaus. Ist offen. Mahlzeit. Tritt ein, bring Glück herein. Guck mal, das Gewittert selbst hier drin. Aber der sieht aber auch gut aus, der Kamerad hier. Uah! Da kommt was. Was? Wo? Weiß ich nicht. Da kam was. Hä? Da kam überraschend. Das ist doch der Richtige, weißt du? Ja, da ist doch gar nichts. Wie hab ich denn eigentlich eine Tasche? Ach, das Ding. Ja. Da rennt was. Äh. Ich glaub, wir sterben jetzt. Du zuerst. Hä? Mein Gott, sind wir Schießbuchsen, ey. Da gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein Ding hier? Gleich wenn du stirbst, pack das wieder. Oder was das ist. Ich hab keine Ahnung. Er bewegte sich schnell auf uns zu. Ah, was ist das denn für ein Schädel hier? Hä? Da hab ich dann die Flucht ergriffen. Äh, du, an der Rezeption ist heute keiner. Ja, der sieht nicht gesund aus. Nö. Hä? Vielleicht könntest du ihm mal eine Vitamintablette reichen oder so. Ich mach mal hier die Bretter. Ich geh schon mal weiter. Hier kann ich die Bretter nicht weg machen. Das ist aber komisch. Bin schon mal ein bisschen weiter gegangen. Dann geh ich mal in den anderen spooky Raum hier. Alter, hier ist er. Hier ist der Typ. Hier wächst ein ganzer Baum rein. Hier ist der Typ. Ja, ich hör ihn. Der komische. Der Herr des Hauses. Was ist das eigentlich hier für ein 3D-Gemälde? Ich weiß auch nicht, was das ist hier. Geh mal nah dran. Da hinten glitzert was. Wo? Geradeaus durch. Na ja, das ist hier. Ja, das ist jetzt so semi hier, ne? Keine Ahnung, was da ist. Hier kannst du reingehen. Hier kannst du reingehen, ne? Crouch. Jo, kannst du crouchen. Dann crouch mal rein. Ich crouche. Ich bin gecroucht. Ey, hier ist ein Ventil. Das sich nicht drehen lässt. Das Spiel ist übrigens auf Deutsch. Na? Müssen wir anmerken. Ja. Ist sogar gutes Deutsch. Kante verabschiedet sich hier gerade. Tschüss Kante. Ich wünsch dir noch viel Spaß in dem Game. Oder wo bin ich jetzt? Da bin ich wieder. Lüge nicht. Du hast dich gerade gebückt. Ja. Da sucht der schon die ganze Zeit. Ne, was ist das denn hier? Schon wieder. Du stehst hier. Ey. Ich hab noch nicht mal nen Flashlight. Doch, hab ich. Aber ich kann... Ach, da oben ist einer. Na guck mal, haben wir den auch mal gesehen. Bist du wieder da? Ja, ja, ich bin da, aber... Ja, siehste. Da sagt er nix. Ah, aber... Gucken wie viel Sekunden diesmal. Ah. Was war das denn? Ich weiß immer noch nicht, was hier jetzt gerade das Ziel ist. Ich glaub da kam ne Riesenspinne an. Riesenspinne? Ja. Das war aber ein bisschen eklig. Ah. 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 Du, ihr habt mir wer einen Zauber haucht. Er hat mich, er hat mich. Er hat mich. Da kommt ja wirklich. Ah. Der kommt raus. Ah. Ah. Der kommt immer noch. Wo sind wir denn hier sicher? Hm. Hier auch nicht. Ne, nirgendswo. Dann hau ich wieder ab. Er ist doch scheiße. Er ist echt scheiße. Er kommt hinterher. Er kommt hinterher. Ah. Scheiße. Jetzt hab ich ihn genatzt. Ich bin durchs Fenster raus. Ja, ich glaub ich bin jetzt... Ich hab jetzt verloren. Oh. Ey, der tritt die Tür ein. Guck ihn den mal an. Ja, ich seh's schon. Ja, ich seh's. Wieso hört der mich? Wann... Hä? Aber es ist die Tür hier auf. Ja, die hat er auch eingetreten. Äh. Gatte. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich hab ein Problemchen. Au. Ja, ich komm. Ja, ich seh. Was ist denn da mit mir? Ja, ich weiß auch nicht. Sah gut aus, ne? Wahrscheinlich. Ja, äh. Das ist jetzt so... Hm. Ja, wie willst du den denn austricksen, wenn er dich ständig hörte, ey? Ja, dat weiß ich nicht. Wir in Let's Plays und Leise? Der kam aus dem Licht, ey. Ha. Ja, nützt ja nix. Müssen wir wieder rein, müssen wir da. Also weiter komm ich bisher noch nicht in dem Spiegel. Äh, der steht da. Glaub ich. Ja, ich steh auch hier. Ja. Ja. Er steht. Jetzt kommt er. Ja. Soll er kommen. Er läuft gegen ne Kerze. Ach ne, das ist das Ding, was er hält. Also du hast ne Schlüssel am Kopf. Wir werden sehen, ob positiv oder negativ. Sprung in der Schüssel, dat ja. Voll will, gell. Äh. Ja, der ist nach oben gegangen. Also wir können unten die Bude leerräumen. Ja, ich versuch's mal. Was ist das hier, ey? Ist ja... Hast du Poltergeist gesehen? Ja. Ach so, in etwa stelle ich mir das vor, du. Oh. Anzeige. Eine Notiz. Zehn Säcke mit Kohle für den Heizkessel im Keller kaufen. Was war das? Keine Ahnung. Oh, ich kann gar nicht mal... Doch, ich kann meinen Schubladensimulator machen. Juhu. Endlich wieder. Schon vermisst ihr. Ja, guck mal, hier hab ich schon mal einen Sack Kohle. Eins. Ja, da musst du hier den Keller bringen wahrscheinlich. Ja klar, ich geh hier in den Keller. Wie soll denn der aussehen, wenn der Haus schon so aussieht? Hier sind auch noch Schubladen. Du, hier schmatzt was. Ach so. Ja, ihr merkt schon, der Schubladensimulator kommt bald. Oh, da oben ist ein Kelch. Das Leben einer Schublade. Ich hab'n Kelch. Einen Schrank. Äh, ich hab' mich versteckt. Hab dich. Oh, oder? Ey, hast du mich jetzt aus dem Schrank gezogen? Wir... Das ist aber pissig. Ey! Ey! Ja. Dein Schrank. Ja, da werden wir uns aber kloppen, du. Ich seh' schon... Ich seh' schon... Der handelt uns und wir kloppen uns um den Schrank. Ja. Schon mitgeil. Der wär' wieder Highlight, ey. Den kann ich nicht hier benutzen. Doch, kann ich. Ja, aber da kommst du nicht rein. Nö. Da sind so Hände dann drauf wahrscheinlich. Ja. Ja. Geh' aber weitersuchen. Jedes Objekt, was du aufnehmen kannst, ist hervorgehoben. Da nimmt so'n bisschen die Spannung raus. Oh! Oh! Was hast du denn? Ja! Jede! Weg! Weg! Geh' weg! Weiß er nicht, was kommt! Ich versuch's ja. Ja. Aber... Es lässt mich nicht. Was war's? Gib mir mal ein Appet, wo ich gerade bin. Äh. Jetzt. In der Küche. Ja. Es hat mich angeschrien und dann kam was. Ich weiß aber nicht was. Ich muss mal ein Video gleich nochmal angucken. Alter Schwede, ey. Oh, hier war'n Geräusch. Okay, also die Jumpscares da drin, die gehen so. Ey, ich hab' ein Amulett. Ein Telefon. Äh, da hinten kommt er. Da hinten kommt er. Ja, hier ist... Ja, ich bin im Schrank. Ich bin im Schrank. Ja, toll, dass du im Schrank bist. Wieso ist denn der jetzt unten? Kannst deinen eigenen Schrank suchen. Nee, 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 nee. Hab' ich. Ja, wo ist der denn jetzt? Diese Schmatzen auf dem Ohr, ne? Wo ist der denn jetzt? Ist der bei dir? Keine Ahnung, der ist da irgendwo rechts reingegangen. Aber ich hab' auch keinen Bock diese ganze Zeit im Schrank zu sitzen. Nö. Da macht der Let's Play auch irgendwie anweilig, ne? Wär' auch nicht, äh... Das wär' nicht Pimp Your Game Style. Mit dem Channel hier nicht würdig sein. Nee. Hier ist die Bücherei. Geil. Also der Channel, äh... Oh, ich höre die Ketten. Ist eigentlich schon... Ah! Für die erste Runde sterben. Scheiße! Warte. Uhuh. Grundgesetz 1, wenn... Kante rennt, renn auch. Kante schreit, schrei auch. Ah, der hat sich wieder den Schrank gekrallt. Ich seh' das doch. Ihr sicher? Du doch auch, oder? Nee. Bin ganz rausgerannt. Bin feige. Ist der bei dir da? Ganz raus geht der auch noch. Ich weiß es nicht. Ich seh' nix. Wobei, der bringt eh nix für den Stand. Ich hör' Schritte. Ich hör' Schritte. Schritte hör' ich auf jeden Fall. Dieses Geschmatze, ne? Macht einen ja irre. Wer schmatz' denn bei dir? Die Wand-Tattoos da. Die schmatzen. Okay. Verspeist' grad. Wenn ich mich jetzt hier so hinstellen... Da kann ich auch nebenbei essen. Ja. Aber genug Globopiata. Das ist wichtig. Oh, da ist er wieder. Ja, klar. Was ist das denn? Und ich zuppel hier an der Tür, ey. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich hätt' irgendwas angefallen. Irgendwas Kreischendes. So. Du siehst aber noch normal aus. Ja, das Kreischende hatte ich auch. Haben wir denn so ein Inventar oder so? Muss ja irgendwo sein, oder? Habe ich irgendwo eine Tastenbelegung? Ja. Habe ich irgendwo eine Tastenbelegung? Ich fache einfach mal von Freund. Ich sehe jetzt keine. Ich sehe bisher auch nichts. Weil ich hab'n Kelch gefunden, ich hab'n Talisman gefunden und ich hab'n Sack voll Kohle. Ja. Ja. Habe ich den Sack in der Hand? So Kohle soll's im Keller bringen. Nö. Kohle soll's im Keller bringen. Hast du schon in der Treppe runtergefunden? Nö, noch nicht. Gut, ich auch nicht. Hier vielleicht? Der ist hier doch irgendwo. Der ist hier bestimmt irgendwo. Ich befürchte, es ist mehr als einer. Hier ist er. Scheiße. Weg da! Oh, hier liegt's schon Toter. Es kreischt. Wettgehunted. Scheiße. Diesmal bin ich im Schrank. Bin draußen. Handtet der dich immer noch? Weiß er nicht. Glaub nicht. Also ich sehe, wie du da rumhüpfst. Ja, ich versuche irgendwie wieder eine Abkürzung zu nehmen. Jetzt bin ich hier in so einem Busch am hängen. Äh, komm mal ans Fenster. Wo? Weiß ich nicht. Hier. Links. Siehst du mich? Ja. Ja. Okay, das ist schon mal ganz gut. Auch gut, ich bin über eine Mauer gesprungen, obwohl das Tor auf war. Ja. Wer macht das nicht? Das, äh... Ich habe einen Weg nach oben gefunden. Na, da waren wir doch auch schon. Oh, ich habe einen Weg nach draußen. Oh, oh, oh. Oh, der ist aber bissig. Wer ist er denn? Ah! 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 Lass mich in Ruhe. Ah! 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 Was ist das denn für viel? Ja, dein Haustier. Was ist das? Oh! Ah! Ah! Das sah aber nicht schön aus, muss ich auch sagen. Ja. Das, äh... War wohl wieder nix. Nee. Für die erste Runde hier. Ja, das war doch normal, oder? You are dead! Jetzt hängen wir auch von der Decke wahrscheinlich als Trophäe. Ja, so ungefähr. Ja. War ganz witzig, während die ganzen Verbindungen jetzt Verbindungsabbrüche da ist nicht gewesen, ey. Ja, ja. Es scheint Spaß zu machen. Ja. Ja. Wir warten nochmal ein Patch ab und dann würde ich sagen, geben wir dem nochmal eine Chance. Das sieht sehr interessant aus. Ja, finde ich auch. Alles klar, Freunde. Bis dann. Bis dann. Bis dann.